Und somit können wir dann immer wieder über 900 Euro an einem einzigen Tag verdienen. Herzlich Willkommen zu diesem Video und in diesem Video gibt es mal einen der aktuell leichtesten Wege, um nebenbei Online-Geld zu verdienen. Das Beste ist, für die heutige Strategie braucht man keine bestimmten Erfahrungen, keine bestimmten Fähigkeiten und kann das Ganze eben von zu Hause aus machen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt man ist und man benötigt nur sein Handy oder ein PC, um Geld zu verdienen. Dieses Video ist eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen, das heißt die Schritte, die ich in diesem Video zeige, musst du einfach nur nachmachen und dann kannst du auch eben richtig gutes Geld verdienen. Ich kann dir garantieren, nach diesem Video wirst du verblüfft sein, wenn du gesehen hast, wie einfach es aktuell ist, mit dieser Methode Geld zu verdienen und wie viel Potenzial in dieser Methode wirklich steckt und wie viel du damit verdienen kannst, das werden wir uns ganz genau Schritt für Schritt anschauen. Gib mir jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn du in Zukunft noch mehr kostenlose Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich dieses Thema interessiert und du es ausschauen willst, langfristig und seriös Geld im Internet zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine mega spannende Methode an, mit der man über 900 Euro pro Tag verdienen kann. Das Ganze werde ich natürlich auch beweisen. Wie gesagt, schon mal gerne einen Daumen hoch geben für den zweiten Teil und dann starten wir direkt durch. Zuallererst eine sehr gute Nachricht für alle, die sich für das Thema passives Einkommen interessieren und zwar es gibt aktuell endlich wieder ein paar freie Plätze bei der Plattform Nielsen, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr eben ganz einfach Geld verdienen, indem ihr euch hier anmeldet. Hier einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken, dann hier auf gleich loslegen klicken und dann kann man hier eben schon mit starten. Man muss hier einfach eine App installieren, die läuft einfach nur im Hintergrund und dann verdient man eben automatisch passiv Geld und kann sich hier eben Gutscheine auszahlen lassen, aber auch direkt Paypal gut haben oder eben Geldüberweisung direkt aufs Konto bekommen. Hier kann man immer wieder 100 Euro verdienen und hier könnt ihr dann auf gleich loslegen klicken, dann öffnet sich schon automatisch gleich hier die nächste Seite. Hier kann man dann Name, Nachname, Passwort und so weiter sofort eingeben und dann kann man hier eben auch weiter klicken und kann direkt starten. Wichtig, aktuell eben noch ein paar Plätze frei, nach langer, langer Zeit. Viele Leute hatten mich danach auch schon gefragt und ja, deswegen nutzt das Ganze jetzt aus. Link dazu in der Videobeschreibung. Das gleich gilt übrigens für das Portal Horizon Panel, habe ich euch ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt oder Horizon, wie man das eben aussprechen möchte. Hier kann man eben ganz einfach Fragen beantworten und eben auch direkt Punkte sammeln und diese Punkte eben einlösen, sind auch bares Geld wert. Hier kann man eben auch schon unter 18 Jahren starten, also ab 14 Jahren kann man hier loslegen, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich auch als Erwachsener kann man hier mit Geld verdienen, das heißt hier auf Registrieren klicken, dann öffnet sich schon diese Seite. Hier kann man dann auch direkt kostenlos starten. Zwei super Plattformen, für nebenbei habe ich euch beide in der Videobeschreibung verlinkt. Test das Ganze auf jeden Fall aus und jetzt geht es los mit der Methode für das heutige Video. Da geht es heute um die Plattform People Per Hour. Die wird so geschrieben, peopleperhour.com und hier wird man eben für jede einzelne Stunde bezahlt. Deswegen auch der Name quasi Menschen pro Stunde. Und ja, hier kann man in allen möglichen Bereichen Geld verdienen, natürlich sowas wie Inhalte schreiben, SEO, Logi sein, Webentwicklung, Voice-Over, Zeichnungen und so weiter und so fort. Man bekommt hier extrem schnell sein Geld. So, jetzt werden wir nach und nach die ganzen Kategorien durchgehen und ich würde euch sagen, in welchem Bereich ihr aktuell am besten Geld verdienen könnt. Und zwar der Bereich Technologie und Programmierung ist natürlich per se erstmal interessant, aber aktuell natürlich nicht optimal, um damit Geld zu verdienen, weil es da eben sehr, sehr viel Konkurrenz auch gibt. Und ja, das ganze Thema Design ist natürlich für die kreativen Leute vielleicht was, aber auch jetzt nichts, bei dem man besonders gut mit einer Kürze Intelligenz Geld verdienen kann. Aber der Bereich Schreiben und Übersetzen ist natürlich immer wirklich, wirklich super. Und hier gehen jetzt vielleicht einige aufs Thema Übersetzung, Inhalte schreiben, bla bla bla. Ist natürlich auch in Ordnung, aber was viele wirklich gar nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema kreatives Schreiben. Und da werde ich euch jetzt mal ein richtig gutes Beispiel geben. So, und zwar sehen wir jetzt hier mal die Ergebnisse für kreatives Schreiben. Und das ist wirklich absolut genial. Hier sieht man beispielsweise Folgendes. Schreiben diese E-Books für 100 Euro oder hier Kurzgeschichten basierend auf der Idee des Interessenten für 115 Euro und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel wieder was, eine Kurzgeschichte, eine kreative Geschichte für 150 Euro. Und das ist jetzt natürlich ein richtig guter Bereich. Und einige Leute behaupten ja immer, ja, online kann man kein Geld verdienen mit diesen Seiten, bla bla bla. Aber hier werde ich jetzt euch nochmal ganz genau den Beweis liefern. Und zwar, wir sehen hier, diese Anbieterin hier, zum Beispiel Rachel S., sie hat es verstanden. Und sie hat hier tatsächlich eine richtig gute Bewertung von genau 5 Sternen. Und das heißt, die optimale Bewertung bei über 700 Bewertungen. Das heißt, die hat schon über 700 Mal das Ganze hier verkauft. Und das kann man sich ja ganz, ganz einfach ausrechnen. Und ich sage direkt vorweg, jetzt nicht erschrecken von den hohen Summen, aber es soll einfach mal eine Motivation für euch natürlich auch sein, was alles online möglich ist. Das heißt, hier schauen wir uns das Ganze mal an. Und jetzt sind natürlich nicht alle Verkäufe mit eingerechnet, weil nicht jeder, ihr kennt es, wenn ihr mal ein Produkt kauft oder Essen bestellt, ihr schreibt ja nicht immer eine Rezension. Das sind hier nur die Leute, die auch eine Rezension geschrieben haben. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal an, wie viel sie alleine hiermit dann verdient hat. 115 Euro pro Durchgang dann eben und hier mal 714. Und das wird jetzt schon absolut unfassbar sein. Das heißt, hiermit alleine schon über 82.000 Euro, 82.110 Euro, um genau zu sein. So viel hat sie hiermit schon verdient. Und das ist wirklich eine absolut geniale Sache. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie viel wir damit verdienen können. Und ich werde euch gleich natürlich zeigen, wie ihr hier extrem einfach diese Dienstleistung eben mit der Hilfe einer Künstlichen Intelligenz vollführen könnt. Das heißt, 115. Und weil man natürlich hier pro Stunde bezahlt wird, gehe ich jetzt mal vom normalen Arbeitstag aus, so ganz normal 8 Stunden mal 8, dann sind wir hier tatsächlich dann schon bei 920 Euro. Und jetzt versteht ihr auch langsam, warum dieser Titel dieses Videos ist, 920 Euro pro Tag verdienen. Und ja, wie das Ganze jetzt funktioniert in der Praxis, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar in Schritt 1 geht ihr erstmal auf People per Hour und erstellt euch hier einen Account, indem ihr hier oben auf Freelancer bzw. Freiberufler draufklickt. Zack, zack, zack. Und dann öffnet sich hier schon die nächste Seite. Und hier kann man draufklicken, ich will als Freiberufler bzw. Freelancer arbeiten. Da kann man sich kostenlos hier per E-Mail registrieren, bekommt dann eine E-Mail zugesendet und kann dann auch schon starten. Dann im nächsten Schritt erstellt man hier ein solches Angebot. Da könnt ihr euch ja hier an den Leuten orientieren, zum Beispiel auch 2.000 Wörter oder vielleicht sogar 2.500 Wörter für eben 115 Euro. Ist absolut in Ordnung. Könnt ihr dann hier eben anbieten. Und dann, wenn ihr zum Beispiel einen Auftrag bekommt, beispielsweise, ihr müsst euch da nicht mal die Ideen selbst ausdenken, sondern die Ideen werden ja von den Interessenten vorgegeben. Das heißt, es kommt dann jemand bei euch in den Chat rein, schreibt euch dann zum Beispiel, Hey, Tim beispielsweise, ich habe deine Anzeige, dein Angebot gesehen. Ich würde mir gerne eine Geschichte schreiben lassen, 2.500 Wörter zum Thema, ja, was ist eine interessante Geschichte, beispielsweise zum Thema Geister. Und ja, dann macht ihr folgendes, ihr geht dann hier auf ChatGPT und gebt dann hier folgendes ein, und zwar schreibt mir eine kurze Geschichte zum Thema Geister. Und klickt dann hier rauf, und dann wird das Ganze automatisiert eben für euch geschrieben. So, und weil einige Leute natürlich immer Angst haben, ja, kann ich dann das Ganze von ChatGPT einfach übernehmen, könnt ihr dann zum Beispiel noch diese weitere Künstlerintelligenz, die im Textumschreiben.com heißt, verwenden. Und hier könnt ihr den Text dann nochmal reinkopieren und nochmal umschreiben lassen oder nochmal in eigenen Worten etwas hinzufügen oder den Text eben nochmal ein bisschen verändern. Und dann habt ihr auch schon den Auftrag erledigt. Das heißt, in diesem Fall würde ihr im ChatGPT über 95% der gesamten Arbeit machen und ihr macht eben nur 5%, weil ihr eben einfach nur das Ganze bei ChatGPT eingeben müsst, dann hier kopieren müsst, hier dann einfügen müsst und dann am Ende dem Interessenten bzw. Kunden zuschickt und dann dafür einfach jedes Mal für jede einzelne Stunde über 100 Euro, 115 Euro, um genau zu sein, bekommt. Außerdem könnt ihr dann auch noch die Plattform paraphraser.io, also I.O., auswählen bzw. verwenden, um nochmal den Text umschreiben zu lassen. Ihr könnt das Ganze ja auch mit der Vollversion zum Beispiel kreativ oder auch klüger umschreiben lassen. Aber hier könnt ihr auch das Ganze in der Standardversion machen, hier dann einfach den Text einfügen und dann bekommt ihr ja automatisch den umgeschriebenen bzw. paraphrasierten Text. Diesen Begriff paraphrasieren kann ich tatsächlich noch damals aus dem Deutschunterricht. Ich denke mal, die meisten von euch werden das auch schon mal irgendwo gehört haben. Und dann könnt ihr hier den Text einfach auch nochmal umschreiben lassen und dann hiermit auch nochmal richtig gutes Geld verdienen. Übrigens, wenn ihr noch weitere spannende Methoden zum Thema Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz haben wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer neuen Seite www.kigeld.com vorbei. Haben wir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier erfahrt ihr ganz genau, wie ihr über 2.000 Euro pro Woche tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz verdienen könnt, mit Methoden, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Dazu haben wir einen kompletten Online-Kurs und zwar den künstliche Intelligenz-Meisterkurs aufgenommen. Den könnt ihr euch jetzt sichern und zwar mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr aktuell sogar die ersten 14 Tage kostenlos und dann hier einfach raufklicken und dann seid ihr auch schon dabei. Link dazu in der Videobeschreibung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss man für die heutige Methode ein Gewerbe anmelden? Dazu lässt sich sagen, wenn man das Ganze langfristig machen will, muss man auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch einen Weg, Online-Geld zu verdienen. Ohne Gewerbe? Klickt dazu jetzt einfach auf das Video, was ich in der Mitte einblenden werde, denn dort beweise ich ganz genau, wie man das schaffen kann, ohne Gewerbe seriös Geld zu verdienen. In dem Video gibt es auch eine Live-Auszahlung, das heißt, ich zeige auch genau mein Konto, wie ich es schaffe, über 1.000 Euro in 24 Stunden zu verdienen. Das heißt, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.